So, hallo meine lieben Zuschauer, jetzt haben wir den auch hier. Schön, freut mich. Ich dachte, ich würde ihn niemals kriegen. Ich dachte, den würde es schon gar nicht hier geben. Also geben wir den jetzt, bevor ihn jemand anderes kriegt. So, wunderbar. So, machen wir den kurz platt. Blödes Ding, um mir wehzutun. So. Der schaut doch böse aus, du. So. Mal den kurz weg. Das ist jetzt eigentlich an und für sich nur eine kurze Zwischenfolge. Ich dachte mir nur gerade so, gucken, ob mein Gold schon da ist. Vielleicht kriege ich ja doch ein bisschen mehr Gold, aber bleibe mir denn nicht sicher. Da hab ich noch mal geguckt. Hab leider nicht so viel Gold bekommen, wie ich haben wollte. Ich hab nur, keine Ahnung, 5 Gold bekommen. Sollte eigentlich 10 kriegen. Also, hä? Da hab ich mich dann schon ein bisschen gewundert. So cool. Jetzt ist er endlich da. Das heißt, da muss man dann auch noch in die Korobelken gehen. Und. Ja, dann haben wir die alle zusammen. So. Freut mich. Das ist echt ein schönes Gefühl, dass der jetzt da ist. Sehr schön. Kann ich wieder Punkt abhaken? Nimmt man sich vor, so hey, ich möchte gern das und das machen. Oh, es geht nicht, weil wegen, hey, jemand anderes hat das Ding geklebt. Toll. Von daher, super. So. So. Ich bin gleich tot. Oh, wie muss das sein? Soll ich schon irgendwie aus wie so ein Affe. So, wunderbar. Hat auch eine Chrono-Page gedroppt. Das ist auch schon mal nicht schlecht. So, erstmal schnell alles einsammeln. Ich weiß nicht, wenn jemand fragt. Ich hab's nicht getötet. Nein, ich weiß von nichts. So, dann gehen wir wieder in die Grubowelt. Hier erstmal hin. Wir könnten ja als erstes mal kurz wegen dem Shop schauen, ob irgendjemand irgendwas gekauft hat. Einfach nur, weil ich neugierig bin. Einfach nur, weil ich neugierig bin. Ja, es leckt. Wie, es leckt. So. Was ist das denn? Ist das ein Mini-Tracker? Schaut so aus. Wow, hier geht's ganz schön zu. Da stehen ganz schön viele Leute da. So, schau mal erstmal kurz hier. Achso, ja, da wollte ich nicht gucken. Wollte ich hier gucken? Oh, jemand hat was gekauft. Oh, wow, hä? Lol. Der hat die ganzen Dinger gekauft, damit er sich die Pots holen kann. Wow. Nehmen wir alles mit. Bevor sich der Shop auflöst. Super. Wahrscheinlich ist es nicht so viel. Aber, ja. Dann nehmen wir hier nochmal kurz die Quest an. Und dann gehen wir hoch, gehen in die Chrono-Welt. Und dann einen schlauen Zettel holen. Damit wir hier meine Viecher wiedersehen. Wir müssen in den Unicorn-Forrest und in den OHT. Also. Ich hoffe, das geht schnell. Eigentlich hab ich gar keine Zeit. Aber ich bin neugierig. Ich denk mir so, hey, wenn die jetzt da sind, dann könnte das auch da sein. Also, schau mal mal schnell. So, äh, travel back. I'm ready. So, bitte mach, dass das da ist und dass da kein anderer da ist. Was ist das denn alles? Hä? Was gibt's hier? Okay, da hat ja jemand Langeweile, so wie's ausschaut. So. Und wo ist jetzt der Boss? Jetzt mach ich ein bisschen runter. Nicht so wie sonst immer. Ist das das hier? Nö. Weil irgendwas ist das hier. Keine Ahnung. So, auf Höhe 26. Ist das Höhe 26? 27? 26? Und es ist, äh, 371? Ist das hier irgendwo? Da ist was! Das ist der Boss! Das ist ein Schmetterling. Wunderbar! So, der wird jetzt sterben. Guckt interessant aus. Ah, da freut mich auch, dass der da ist. Dann ist es da nur noch einer. Juhu! So, stirbt mal schneller. So, Hebra, stirbt schneller. Und bitte, bitte mach, dass der andere auch da ist. Bitte! Wie schaut das süß aus. Ich frag mich, was das zwischen so den Hörnern hat. So, Fühler, nicht Hörner. Ja, bei mir hat ein Schmetterling Hörner. Hä? So. Was ist denn hier? Stirb! Stirb doch schneller. Ja, da hat er hier praktisch jemand immer gekillt gehabt, bevor ich da war. Wow! So. Noch einmal. Kann man hier praktisch auch Geld machen. So wunderbar. Das hat man gerade gesehen hat. So, hey, geh den hier, geh den hier, geh den hier. Dazu, ja. Mal Geld gemacht. Ist auch nicht so relativ viel Geld. Aber hey, es ist Geld. Geh mal hier weiter. So, jetzt aber. Mal auf das Zeug. Das hier, das hier, das hier, geh wieder hoch. Geh mal in den Unicorn Forest. Hoffentlich kann ich jetzt auch hingehen. Weil, ähm, ja. Da war vorher ganz so ne Zeitquest. Und da stand da so da, so, hey. Unicorn Forest, Zeitquest. Time Limit. Vielleicht sollte ich mal die Quest hier wegmachen. Trash. Geh halt immer noch hier ganzes Zeug da. So. Wir gehen in den Unicorn Forest. Bitte? Gut. Wir müssen erstmal hier rüberfliegen. Wir waren ja hier schon, keine Ahnung, wie oft jetzt. Oh, ich dachte jetzt so, was ist das für ein Geräusch? Hä? So. Hoffentlich ist es auch da. Hoffen wir. Also ich hoffe zumindest. Ah, ich freue mich. Zwei Bosse weniger. Juhu. Das wird aber auch übel. Es ist schlimm dann werden wegen den World Bossen. So, da ist das Ding. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung, wie Humhum ausschauen soll. Ich weiß bloß, dass es eh irgendwo sein soll. Und das sollte nicht fliegen. Ein bisschen höher. Ich kann jetzt sagen, das hier könnte es sein. Nein, das ist es nicht. Hm. Oder haben die Humhum getötet? So, das sollte sein bei 313. Ja, das sind wir. Und dann 610. Okay. Das ist 3. Oh, da ist Humhum. Da haben wir damit jetzt eigentlich auch Glück. Okay, ich weiß gar nicht, ob er das erstmal dann auch da war. Oder nicht. Boah, das schaut komisch aus. Da guckt auch komisch aus. So. Okay, mal das Ding nochmal schnell. 2. So. Störb schneller. Komm, ich bin gefallen. Störb schneller. Wie schauen eigentlich meine Däggers aus? Wir haben jetzt ungefähr halb. Das hier? Das hier, wo es gerade geht. Was ist das hier? Das schaut aus wie so ein... Genau, ein Schweinchen. Zwischen einem Schweinchen und einem Ochsen. Aber irgendwie so. Dann geht das hier wieder. Ab jetzt. Super. So, gleich ist es tot. Hoffen wir, dass das wieder irgendwas tolles droppt. Wie viele Chrono-Pages haben wir dann schon. Es hat keine Chrono-Page gedroppt. Oh. Aber anderes Zeug. Mal gucken. Mystical Elixier. Die ging ja letztes Mal wunderbar. Zum Verkaufen. Also von daher super. So. Dann gehen wir wieder raus hier. Und das haben wir ja jetzt. Können wir jetzt auch abhaken. Wunderbar. So, schauen wir mal. Ein bisschen höher. Wo ist es denn? Achso, wir sind noch gar nicht da. Wir müssen erstmal übers Wasser. Wir müssen erstmal übers Wasser. So. Schön brav übers Wasser. Unicorn Forest. Ist das gar nicht oben? Das war unten irgendwo zum Reingehen. Genau. Ha. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. So. Wunderbar. Gehen wir wieder runter. So. Hallo? Und jetzt zurück. Schön. Hat die ihr Zeug immer noch da? Ja. Ja. Was ist das eigentlich für ein Zeug? Was ist das für ein Zeug? Was ist das für ein Zeug? Das ist total der Müll. Na ja gut. Hm. So gehen wir aber auch wieder zurück. Okay. Tadam. So. Irgendwann was können. Gehen wir schnell. Zum Laden. Und schauen wir mal, ob der Laden noch was hat. Ich hoffe es zumindest. Aber schneller! Ich hab wirklich keine Zeit. Also hier. Schauen wir mal. Shop. Blood. Paint. Gibt's nicht. Wie schaut's aus mit. Twin Strike. Gibt's auch nicht. Raving. Slash. Gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Äh. Punkt. To-on. Gibt's auch nicht. Shadow Walk. Gibt's doch nicht sein, oder? Was auch nicht, gibt's Ding, was auch nicht, shadow teleport, was auch nicht, throw out, und zocker, haben's auch nicht, mit den Nerfs, haben's ja auch nicht, mit mehr Steps, nicht, haben's auch nix. Na gut, dann beende ich an dieser Stelle. So, dann bis dann, tschüss! So, 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 dann, tschüss!